Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wir sind in der Karwoche. Heute ist Karmittwoch, der Mittwoch vor Ostern, dem Fest darauf verstehen. Und wir können in der Zeit der Corona-Pandemie die Tage nicht in der Gemeinschaft begehen. Erinnern wir uns, wie wir die Tage normal gefeiert haben? Da waren die Karmitten, auch Traumitten genannt, die Abendmahlsfeier und die anschließenden Betstunden, der Kreuzweg am Morgen des Karfreitags, die Karfreitagsliturgie, wie der Grablehnung und den anschließenden Betstunden, die Auferstehungsfeier in der Osternacht und das Hochamt am Ostersonntag. Und nicht zu vergessen die zeichenhafte Begleitung des Geschehens durch das Schweigen der Glocken und die vom Blumenschmuck leere Kirche. Wie eindrucksvoll war es dann, wenn in der Osternacht in Herbertsheim haben, in der Regel, die Erstkommunikanten mit der Gemeinde nach den alttestamentlichen Lesungen das Lied gesungen, »Komm in unsere Mitte, O Herr, O Herr!« »Komm in unsere Mitte, O Herr, O Herr!« Wenn dann das Gloria angestimmt wurde, die Lichter angingen und die Kirche in österlichem Blumenschmuck leuchtete, wie eindrucksvoll, »Ja, Halleluja, Jesus lebt!« Heute, am Karmitwoch, stehen wir vor den heiligen Tagen und mit den Trauerwetten, die erste heute Abend, am Vorabend des Gründonnerstags, begleitet die Kirche den Leidensweg Jesu. Neben Psalmen und Gesängen wird das Klageli des Jeremias verkündet. Hier sehen wir und finden wir Klagen, selbst inspiriert von dem Heiligen Geist, vom Geist in den Herzen eines klagenden Mannes und eines klagenden Volkes gewirkt. Aber Klage soll nie für sich stehen bleiben. Warum bin ich in solchen elenden Umständen? Was ist die Absicht Gottes mit meinem Leben? Und das ist nicht immer der Fall in unserem Leben, dass Elend eine Folge unserer Sünden ist. Wohl natürlich eine Folge der Sünde im Allgemeinen in dieser Welt. Wenn es keine Macht der Sünden gäbe, dein Gebe ist auch keine elenden Umstände. Aber hier ist es ganz klar, das Volk klagt über den Untergang Jerusalem, aber weiß auch genau, warum dieser Untergang gekommen ist. Und der gläubige Teil, der gläubige Überrest im Volk klagt nicht nur über den Untergang, sondern auch über die eigenen Sünden, die zu diesem Untergang geführt haben. Verkündet wird an dieser Trommelder auch eine Lesung aus einer Predigt des Heiligen Bischofs Augustinus. Und er sagt darin, ich zitiere, Großes ist uns von Gott über die Zukunft versprochen. Aber viel größer ist, was schon für uns geschah, was wir festlich feiern. Was waren die Gottlosen und wo waren sie, als Christus für sie starb? Wer könnte zweifeln, dass er den Heiligen sein Leben geben wird, nachdem er ihnen bereits seine Tod geschenkt hat? Warum zögern die gebrechlichen Menschen zu glauben, dass sie einst bei Gott leben werden? Viel unglaublicher ist, was bereits geschah, dass Gott für die Menschen gestorben ist. Zuerst nahm er das Menschsein an, um dann den Menschen Anteil zu geben an seinem glücklichen Sein. Wir hatten als Menschen nichts davon zu leben. Er besaß als Gott nichts davon zu sterben. So wirkte er an uns durch die wechselseitige Teilhabe, das Wunder des Austausches. Unser war, wovon er sterben sollte. Sein war, wovon wir lieben sollten. Er hat uns so geliebt, dass er für uns Sünder selbst ohne Sünde die Strafe erlitt, die wir durch die Sünde verdienen. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns also ohne Furcht bekennen und verkündigen, dass Christus für uns gekreuzigt wurde. Wir dürfen uns nicht fürchten, wir müssen uns freuen. Wir wollen uns nicht schämen, sondern rühmen, wenn wir es sagen. Der Apostel Paulus erklärte, er rühme sich nicht der Wunder Christi. Nicht, dass er die Welle erschuf, als er mein Vater war. Nicht, dass er auch damals über die Welle gebote, als er unter uns Menschen wohnte. Vielmehr, ich will mich allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus rühmen. Soweit das Zitat. Wir können die intensiven Tage unseres Glaubens nicht in der gewohnten Glaubensgemeinschaft feiern und werden das vermissen und vielleicht auch neu entschätzen. Lasst uns im Geiste zu den Zeiten des Geschehens verbunden bleiben, im Gebet und in der erhoffenden Sehnsucht, dass alles bald ein gutes Ende nehmen wird. Bleibt gesund. Wer krank ist, werde gesund. Wir dürfen auf Gottes Schutz und Segen auch in dieser Zeit vertrauen. Unser dreifaldiger Gott segne euch, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.